Oh, oh, oh. Und du hast verkackt, sehr. Wölfe greifen an, mein Lord! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT mit allem aus dem Rudel und dem Special Guest Normal. Hallo. Hi. Hier sind auch alle nochmal Hallo sagen. Jo. Und dann geht's jetzt schon direkt los. So, vorweg, ich bin noch nicht so ganz in dem Spiel drin. Meine zweite Runde ist keine Erwartung eigentlich. Oh Gott, ne Aufwärmrunde gespielt und keiner hat Minuskarma, also war nicht schlecht. Okay, also ich bin bei Sepp und Normal. Ja, ich bin auch bei den anderen einen. Ja, jetzt nur so als Frage. Letzte Runde wusste ich nämlich nicht, ich war Traitor und welche Taste war das Menü nochmal? C. C. D, achso, ich hab die ganze Zeit eh gespammt und hab mich gewundert, warum das Menü nicht aufbricht. Macht Sinn. Verdächtige Frage. Besser erstmal hinrichten. Ja. Safety fressen. Was war das? Ich hab hier in Tee entschärft. Okay. Gute Idee. Huh. Huh. Nein, das ist kommen wir auf mich. Ungeheuerlich. Gehen wir mal an, dass ihr alle bei den Häusern seid. Jetzt schon. Also die ganze Map ist ja von den Häusern umringend, also. Ja, aber es gibt eine... Ich meine, wenn man vom Schritt ausguckt, seid ihr auf der rechten Seite der Insel. Ja, das kommt wirklich viel mehr klingt. Ich bin gerade beim... Ich kann gerade sagen, ich bin gerade beim Baron. Bei D zieht auch nicht. Ja, ich gucke runter. Ey, hier oben ist Speergebiet, auch für dich. Wieso? Ich bin aber da hoch. Was? Was? Weil es, ähm, meine Höhle ist. Es gibt zwei Verlete. Ja, wir brauchen zwei Leute, um zu überlegen. Okay. Ja, ich bin aber hier. Okay, er hat sich über mein Verbot weggesetzt. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Das ist ja so gerade ungebrannt. Oh, ist jetzt insys runter? Ja, wir gucken. Wer lebt denn noch? Hier. Hier, ich. Hey. Ja, du weigerst dich, geschubst zu werden. Hier. Falls ich draufgehe, ad, ist es zu 100%. Oh, ich bin gerade was entschärft. Zweifach. Die andere Explosion, ich weiß nicht, ob das ein Echo sein soll, aber... Nein, es dauert ein bisschen, bis die TNT fässert. Und, Achtung, noch was. Okay. Sicher ist sicher. Nee, ad, ihr solltet mich dann brauchen. Nee, ad, ihr solltet... Das stimmt gar nicht. Ich habe mich schon erwähnt, dass ich unschuldig bin. Nein. Ich habe ad, ich habe ihn, ich habe ihn. Aber, wer ist das denn so? Er lebt denn jetzt noch? Oh, ich habe gerade irgendwas gehört. Ja, dann ist es einer von euch beiden auf jeden Fall. Ich bin es aber nicht. Ich habe ad getötet. Wie schon gesagt, ich habe gerade noch irgendwie so ein Geräusch gehört, als ob jemand einen Knopf gedrückt hätte. Das ist okay, aber... Ja, ähm... Einer von euch beiden. Tötet euch. Tötet euch. Tötet euch. Warum ist man, Dead Ring habe ich angegangen. Ich habe tatsächlich verkackt. Ich fand es lustig, wie niemand nachgefragt hat, ob er ihn confirmen kann. Confirmed, Leute. Verlangt confirmte Tode. Nicht nur, er ist tot. Er sagt einfach, ich habe ihn gekillt. Kein confirm, keinen interessiert. Hey, alle nehmen es einfach hin. Ja, you fail. Taps hält, äh, sehr glaubwürdig. Ich übersehe dir die Confirm-Nachricht sowieso immer, da habe ich gar nicht erst nachgebracht. Ja, aber vielleicht ist sie ja immer wichtig. Ja, gerade jetzt bei zwei Traitern wird sie wichtig für solche Geschichten wie jetzt. Mal da gucken, was wir hier bekommen. Ah, hier gibt es keine Waffen. Na, danke, ich habe YouTube bekommen. Es gibt trotzdem keine Waffen. Besser als nix. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Crowbar ist besser. Sepp. Ich sehe den Kling, die Steintreppen hier links hochrennen. Ist was explodiert? Das siehst du richtig. Dann geht es das letzte Mal bei zwei anderen Reiter. Die einen Daestand oder was anderes. Wenn Sie da nicht hochgehen. Ja, sag mal, warum ist das explodiert? Explodiert. Explodiert. Okay, ich bin gerade bei einem Normo. Fräulein Freitag so, mh, zwei Leichen? Ah, ich werde angeschossen! Und ich, nehme gerade Brandschaden. Wo bist du? Ich war bei einem Traitor-Test, da wurde ich gerade angeklappt. Ich bin gleich geflogen, ade! Oh, da unten! Unter den Bauch! Da war ich gerade auch kurz und habe dann Feuerschaden genommen, weil hier alles drin ist. Ja gut, ich habe mich gerade mit einem Sniper geknallt. Gehen wir hoch! Alle gehen hoch! Fräulein Freitag ist es, sie hat ein Baby geschossen und hat mich nicht getroffen. Alles! So! Ja, Runde vorbei! Oh, ist mir auch ganz gut. Ja! Das war alles von AD, er hat sich selbst umgebracht, nachdem er mich erschossen hat. Nein, das TNT-Fass ist random explodiert! Einfach so! Oh Mann, was für eine geile Runde! Ja, so läuft das! Ja! Drauf und runter immer mehr! Hat irgendwer da drauf geschossen von euch? Nö! Ich habe mich drauf geballert! Normal? Hm? Hast du drauf geschossen auf das TNT-Fass? Das oben, im Berg? Ja! Ich war nicht mehr in der Nähe davon! Ja, gut, dann ist es einfach random explodiert! Und Karma is a bitch! Total! Oh yeah! Ja, nein! Irgendwelche Serverfluktuationen! Wie Klink heißen, richtig? Ich habe nicht drauf geschossen! Wasche meine Hände in Unschuld! In dreckiger, klinkiger Unschuld! Nein, in schön seitiger Unschuld! Allein ist bei mir! Ja! Ich headshotte dich jetzt mit einer Sniper aus zwei Meter Entfernung! Ich bin auch bei den beiden! Vorsicht! Geh mal jetzt nicht hier zum TNT-Fass! Ich will das entschärfen! Ja! Oder entschärf's Sohn! Nimm Schaden dabei! Von mir aus! Oh, egal! Ja! Warte mal! Ich muss dich kurz mal auf Kill setzen! Warum sollst du das tun? Weil du Traitor bist! Bin ich nicht! Geh weg! Doch bist du! Wie sollte ich Traitor sein? AD ist Traitor! Will ich mich töten? Nö! Ich will dich nicht töten! Ich habe dich auf Kill gesetzt! Das ist was anderes! Oh! Sorry! Wer schießt du? Ich! Aus Versehen! Ja! Ich habe noch halbes Leben! Ich habe mich erschrocken! Ich habe auch halbes Leben! Sepp hat mich angeschossen! Nein! Du hast jetzt auf das TNT-Fass geschossen! Und dir damit selber Schaden zugefügt! Ich mache mir doch keinen selb... Ich mache mir doch nicht selber Schaden! Offensichtlich! Ich meine wir kennen euch! Der Darm blockt mich! Sorry! Die Darm blockt mich! Ich mache mich! Ich gehe gerade AD! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Die Darm blockt mich! Der schleicht dahinter mal! Aua! Ok! Ich bin half live! Wer ist jetzt nicht half live! Du! Gordon Freeman! Mal schreien dich, halt! klink ja hat niemand gesehen wo der ist und konzern er hat ade getötet ihr liegt die leiche im haus hier bei mir leute dreh dich mal um da liegt das baby da liegt das baby da ich ihn getötet habe bin ich damit konfirmt und nehme einfach mal seine leiche mit wenn ihr nichts dagegen habt ja schmeiß ins lava das ist jetzt in jeder folge einmal passiert oder ja weil ich auch nicht daraus kam oh nein weil die hütte war ja so und ich hab da in der ecke festgehalten ich weiß es nicht der baron zielt auf mich ich bin in als ich sterbe ich habe ihn ja ich habe noch zwei hp wundervoll trotzdem konferen das was wir ich sollte vielleicht die leiche entsorgen sekunde jetzt mal einfach mal annehmen dass der traiter ist jetzt auch nicht abgesehen hat weil er weiß dass du gleich direkt sterben wirst also würde ich aufpassen klappt es mit der entsorgung ich glaube ganz gut das ist ich wollte nur wissen ob ich lebe noch zum antworten ich muss mich doch erst noch anders ich bin extra vorsichtig ich bin extra vorsichtig ich bin extra vorsichtig ich habe 2 hp alles klar da ist sepp auch boni hey der kling zielt die ganze zeit auf mich ich wollte gerade nur gucken ob du das jetzt bist oder ad der ad zielt aber auch auf mich ich denke gleich kommen friendship beam oder das und wenn er nicht kommt wissen wir wer es ist nein ich denke ad wollte sagen dass er afk ist du läufst immer noch rum wieder da ich bin aus dem spiel geflogen minimiert hm darum nein normal und der baron ist weg ja ich bin jetzt wieder da so lange brauche ich ihn nicht um zurück zu kommen wo ist der baron der ist doch tot den hast du doch umgebracht hast du gesagt ah stimmt vor allem freitag meine ich ja ich lade hier durch die g keine ahnung ah ok ok ade wieder mit irgendwelchen diskombos umher ja du bist ja konfrontiert oder du darfst da sein ok ah was passiert dein movement kribbel ich fall überall runter geht mir ähnlich ich mhm oje so jetzt bin ich alleine mit ade sonst die leiche ist echt gut entzockt die schwimmt da immer noch darum können wir ja noch nicht sagen was los war hat das fräulein baby gun in der hand das sehe ich hat sie ja hat sie oh ich will die punkte renn ruhig weg ich muss grad nachladen so man warum bist du so schnell gestorben hm ich glaube das ging an dich baron ja verzeihung was bitte ich war gerade etwas aufgelenkt warum du so schnell gestorben bist er hat meinen alten Spielstil übernommen und ist direkt zu beginn der runde auf Sepp losgegangen würde ich jetzt mal behaupten ja das ist korrekt gelockster da ist die Glocke nicht die beste Headshot ja du kannst einen Headshot damit machen das ist aber egal ja das war's jetzt geh doch mal weg sag bitte das war nicht bitte das ist korrekt danke ok ich sehe nochmal ok wer ist weg ja noch mal ich wurde geschubst also ich bin noch da ich bin bei dir jetzt selbst bei mir also jetzt wahrscheinlich freundangern ja ich bin noch da ich bin noch da ich bin noch da auf wen hast du dann gerade geschossen auf die Landschaft neben euch habe ich mir ehrlich zu sein ich wollte gucken wie er reagiert sie sterben ne Sepp schießt auf mich hat er sich dann auch getroffen nein aber warum so er versucht sich hinrichten bitte habe ich jetzt im Blick kannst du machen Momentan hätte ich den Tod eh verliebt oben steht normal ich beobachte nur die Lage ja 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 beobachten nenne ich das das nicht ist ist oh ne sehr ad bei der Insel ich sehe kling woanders das ist aber nicht nett absolut nicht es ist recht was denn hey normal ist es was war das nicht was denn los hallo wo liegt er denn alles klar ich schieße in himmel er fällt bergrunter okay es ist doch er ja komm ich dachte es macht wenigstens one hit ein bisschen arm gewesen ja ja ich bin gerade irgendwie bei der leite bei der treppe fest wollte da hochgehen und dann ist er einfach wieder weit weggerutscht nicht wenn du mich wenn du tötest nein letzte runde machen wir danach keine ahnung das in der mitte kenne ich nicht ja nehmen wir das in der mitte gobexhaus na gut nehmen wir das es ist gekauft ja ich kann nicht schwimmen er verrastet aus ja ich brauch ne neue waffe ach so ja die alte muss man natürlich immer leer schieben ich würde direkt zu beginn der runde angeschossen von hinten meine ich werde mir auf der inseln weil ich werde angeschossen von klink ja weil du gerade warum schießt du mich an zum fick ich wurde gerade direkt von hinten angeschlossen ich drehe mich um und du stehst da ja ich suche keine waffe ich hatte keine waffe ausgerüstet danke das ist aber kein fairer start nee jetzt kommst du gerade sepp ist es er ist unsichtbar wo war er was ich bin nicht unsichtbar er ist unsichtbar beim schiff und er hat auch klink angeschlossen ich bin nicht nicht ich bin nicht mal beim schiff ja weil er jetzt unsichtbar weggegangen ist wer weiß es komm her was ist denn warum habe ich nur leer waffen inventar weiß ich nicht ich hatte gerade einen block in der hand sepp ist tot das rolle ist tot baron und normal können sich duellieren weil klinklich safe sind ich und wer baron und wie mk war ganz merkwürdig wir machen fairer ist eins gegen eins ok ist ruhig da und stattdessen hat er einfach zu ner crowbar gewechselt ja mach ich auch manchmal aber im süßlicht fair weil ich bullshit waffen habe ok westes 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 ich war ein innocent kill für dich für den baron er ist es hey da ist noch jemand da ist noch jemand ja wahrscheinlich dann ich naja warte 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 baron und arme können sich duellieren dann kommt es um sich also ich und die anderen sind safe warum ich Aua wir duellieren uns alle wo ist das Duell das ist doch egal nur einer von euch muss sterben wie ist egal die shotgun ist so OP jetzt killt er alle erst Traitor hey du boah ich hab so schlechte Waffen was ist denn das die shotgun für eine Waffe man ich hatte eigentlich erwartet dass ich von hier oben einfach gar keinen damage an ihm mache ich hab ihn ja vielleicht fast gewonnen hat klink mit sehr vielen mehr Punkten also gez klink hey soll ich ja jetzt machen ne was musst du ihm doch tschüss sagen oh ja äh genau ähm das war's mit TTT bis zum nächsten Mal tschüss 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 es ist